Ist der monatelange Rosenkrieg zwischen Iris Klein und ihrem Ex Peter damit beendet? Anfang des Jahres wirft die 55-Jährige ihrem Mann Betrug vor. Angeblich geht Peter während der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel mit Yvonne Wölke fremd. Was darauf folgt, ist nicht so die Trennung, sondern auch eine öffentliche Schlammschlacht auf Social Media. Doch jetzt ist der Zoff offiziell vorbei. Das verkündet Iris im Netz. Ja, Peter und ich, wir folgen uns gegenseitig. Und wir haben auch die Friedenspfeife geraucht. Wir haben dann gesagt, wir lassen es jetzt gut sein, wir sind jetzt quitt. Na, wie lange die friedliche Stimmung wohl anhält?